Hallo, welcome back to my channel. Ich möchte heute so eine Weihnachtskugel basteln. Dazu habe ich hier dieses Teil gekauft, ganz günstig. Dann gibt es hier sowas dazu. Frischbaumschmuck. Dann habe ich ein Stück Kette ausgeschnitten und dann hier so ein paar kleine Weihnachtsmäler. Dazu brauchen wir eine Weißklebepistole. Ich möchte heute aneinander. Ich möchte heute aneinander. Dann gibt es hier die Zeit, die Jahren in der Welt ausgeschnitten. Ich möchte heute aneinander. Heute gibt es hier ein Stück Kette. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.